Ich hab grad gesehen, dass man diese Pfeife wohl ausrüsten kann, wenn man das so nennen kann. Auf jeden Fall bei diesem einen Fenster, was wir hatten, wo der eine Typ irgendwie auch mit einem geredet hat, da kann man das wohl irgendwie verwenden. Mal gucken. Wahrscheinlich auch so ein bisschen ähnlich wie das mit der Babypuppe. Mit der anderen Quest, die wir mal hatten. Schauen. Kann ja mal hingehen und mal gucken, was passiert. Warum auch nicht? Und mir ist gerade auch so eingefallen, ob es so schlau ist, dieses Feuer, äh, Feuer, den Feuerarm irgendwie zu haben, weil in der Mine, ich glaub der Dude war ja auch ein Feuer, eine Feuerpuppe. Ich weiß nicht, ob Feuer gegen Feuer so gut ist. Vielleicht wechsel ich doch lieber wieder zu Strom. Oh, jetzt sieht das hier auch irgendwie ganz anders aus am Tag. Das ist cool, dass sich das ändert. Erst dachte ich ja, dass wir mit der Pfeife da mit ihm da irgendwas machen können, aber ich glaube dort anscheinend nicht. So. Ich hab leider kein Ranziehen mehr. Das wär ja jetzt praktisch für euch. Au. Ach ja, stimmt. Oh ja, was. Au. 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 Reicht. Ja. Ja, dort ranziehen, äh, wär's besser. Aber gut. Wir gucken ja nur. Das war ich unten, glaub ich. Ja, da dachte ich mir schon fast. Hier hatten wir den Dude auf jeden Fall noch. Da müssen wir kurz abwarten, bis der weg ist. Und hier hatten wir dieses Fenster. Müssen wir gleich mal schauen. So, die Fragetasche. Schleifer. Da zum Ausrüsten verschieben. Nochmal Opa-Gürtel. Ah. Hoch mit dir. Oh, das hat Spielen, ich pausieren kann. Hau ab. Ich muss dem da was vorpfeifen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ja, komm, hör auf. Ich glaub, ich muss erst mal bis sieben, hab ich das Gefühl. Jetzt haben wir, glaub ich, nicht unsere Ruhe. Geh weg. Hm. Wir haben es aber nicht ausgewusstet. Ach, benutzen. Gefressen wir uns nicht. Leuchtendes Erfragment haben wir bekommen. Na, okay. Frag mich, ob er unsere Sophie meint. Ob das noch ein anderes. Die anderen Namen sagen wir zumindest nix. Na, cool. Hat er das auch gemacht. Wie anders die Stadt direkt aussieht, wenn es hier mal ein bisschen heller ist. Ja, komm. Ich helfe mich mal nicht. So, hatten wir dort auch Schleifstein. Nee, Schleifstein war es nicht. Ich glaube, ich bleib erst mal nochmal auf Strom. Wenn wir da wieder in die Mäne reingehen. Wie, weiß ich es nicht. Macht halt auch nicht so krass viel Schaden, ne? Weiß halt nie bei so dicken. Hm. Ich mein, ist schon ganz nice, dass wir uns dabei auch bewegen können. Den Vorteil haben wir beim Strom ja nicht. Ich hab das Gefühl, dass Strom, glaube ich, gerade noch ein bisschen mehr ausrichtet. Mal schauen. Erstmal müssen wir mal unbeschadet sowieso erstmal da wieder hinkommen. Oder wir rennen halt erstmal dran vorbei. Geht ja auch. Ich glaube, das ist wieder Sandu, der einen wieder hinterher rennt. So, erstmal haben wir ja euch wieder an der Backe. Schade. Ich hatte gar oft den Küken von hinten. Ha, beide gleichzeitig. Nice. Zum Muster. So. Hallo, ihr beiden. Kommt mal, hat er durchgebrochen. Sag. No. Ich weiß nicht, was hier eingekleppt hat. So. Here we are again. Nice. Ah shit, ich muss gerade eine Rolle machen. Ah shit. Ich gut. Ich bin hier auch mit dir. Kann ich mich heilen? Nein, ich kann mich nicht heilen, wenn ich eine Leiter hochkletter. Ah. Hier, Brenner. Der über mir wächst. Wo ist das? Ich muss doch gleich auch wieder was, ne? Kleine, dreckigen. Ouh. Ich glaube, er sieht, er sieht mich, ah ok. Wehe, du kommst jetzt angerannt. Machst das Ding hier kaputt neben mir. Ah shit. Steck der Mondstein. Ok, den scheint er irgendwie mal zu droppen. Ah, das gefällt mir nicht, dass ich nur zwei Leben hab. Komm, ich werd ihn mal kurz auch noch mal rausholen, bevor... Hallo. Ja. Bevor wieder Dinge passieren. Ok, das hat er gespeichert. Da kommt auch schon an. Oh. 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 Ah shit. Ich steh auf. Oh, nice. Oh, ich brenne so sehr. Mh, nein. Nein, nein, das fängt doch noch reingerannt. Ich hab zu viel gepanickt, ey. Shit. Aber Strom funktioniert gut bei denen. Der Speicherplatz hier ist kacke. Mhm. 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 Eigentlich könnten wir an den da auch vorbei werden, oder? Und du, glaube ich, schon im Leben. Hey! Ausgewichen. Fängt das Schieben? Nein. Okay. 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 Das ist wirklich blöd hier. Ah, da liegt mein Ergo. Das wollte ich gar nicht. Natürlich wollte ich. Ah! Immer dasselbe mit euch. Tschüss! Kommt aber nicht runter, oder? Nee. Lass ich euch mal in Ruhe. Ihr könnt ja nix werfen, zum Glück. Wir können auch uns, ob der da ganz oben überhaupt bis nach unten wurf, wenn wir unten sind. Gibt mich mal interessiert. Hallo? Ich war ein bisschen zu nah dran da fast. So. Kommen sie ran. Das ist jetzt so langsam. Dann gehen wir mit dem, was ich... Oh. Okay. Dann gehen wir mit ihm an. Jetzt geht's. Okay. Dann gehen wir mit ihm an. Wenn die Runde einsetzen, dann dann geht's. Okay. Dann gehen wir mit ihm an. Hallo! Nein! Könnte nicht ausweichen! Au! Nein! Ich bin doch schon wieder! Hä? War das Ding nicht kaputt? Scheiße! Muss die Dinger vorher kaputt machen, ey! Das ist voll kacke! Wenn ich da rein bin, dann explodieren die? Oh! Oh! Wat fein mir! Hm! Oh! Warte mal kurz! Doch, wir haben ja diese Kette X! Okay! Die Reichweite ist jetzt auch nicht so hoch, ne? Können wir mal kurz testen! Achso, ich kann die nur einmal! Okay! Hat sich das auch schon erledigt! Wobei könnte ja... Da gibt es doch so Siegeblätter und so ein Kram! Zwei! Oder fünf von denen! Ah ja, davon haben wir ja eh noch welche! Okay! X und nach links! Müssen wir die echt vorher kaputt machen, ne? Weil... Das muss ja echt nicht sein! Das ist ja echt für'n Arsch! Mann, ich wollte den von hinten! Krim! Mann, ich wollte den von hinten krim! Oh, hier kriegen sie diesmal hin. Ansonsten können wir unseren Schleifstellen ja auch mal ausprobieren. Sehen wir ja mal, ob Feuer gut bei denen ist oder nicht. Hm. Diesmal hat er mich nicht gekriegt. Oh. Nein, warum bin ich auf dem Kopf? So. Aber das explodiert ja auch nicht, wenn ich dagegen laufe. Ich weiß nicht, was das war. Nicht aus Versehen irgendwie die Waffe wieder gezückt oder so. Oh, ich weiß nicht. War ja schon wieder dieselbe Stelle. Ist mir da zu nah dran. Oh. So, wenn wir das jetzt markieren. Ah. Okay. Der war jetzt ein bisschen blöd außer Reichweite, aber... Ach komm schon. Sicher, sicher. Hier steht noch so ein Ding, was explodieren kann. Hier steht noch eins. Wenn wir das markieren. Zack. Bisschen schade, um die Wurfobjekte dabei. Okay. So. Ach, wenn mein Schwert mal immer so brennen würde. Ich hab hier nichts übersehen. War aber irgendwann bei dem komischen Kahn hier. Ist irgendwie merkwürdig. Ah shit. Das war schon scheiße. Ich hab die blöde Lampe gar nicht angenommen. Ah shit. Mann. Lass mich doch mal Dinge machen hier. Oh. Oh. Ah. Warum ist er denn nicht mehr markiert? Mann. Mann. Oh. 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 Oh mein Gott. Das war... Nein, er lebt. Nein, ich bin tot. Warum bin ich tot? Nein. Ich hatte ihn noch fast... Woran bin ich jetzt gestorben? Oh. Ich lauf gleich an ihm vorbei, ey. Na. Das war so knapp. Ich muss mal diese... Lampe ausmachen. Ich versuche einfach mal jetzt durch zu rennen. Ich versuche einfach mal jetzt durch zu rennen. Mal gucken, ob das geht. Warten wir noch bis der da umdreht. Ach, komm. Ach, komm. Ach, Mann. Oh. Oh, die kommen hinterher. Shit. Oh. 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 Ach, Mann, ey. Ja, komm. Ich hab keine Lust mehr gleich, ne? Wisse, der Feuerboss war gar nicht so sch... Oh, ich bin gleich tot. Nein. Das beschissene Überhitzung, ey. Komm, wir probieren jetzt noch einmal. Kann auch nie sein, dass das nerviger ist als der Boss, ey. Oh. Hab ich eigentlich noch... Die Profeobjekte sind weg. Wartet, speichert er wieder, wa? Wart sein. Ja. Von dem hat es nur noch zwei. Ach, das sei blöd. Ach. Laut. So. Dann sind wir ja wieder... Ey! Was war das denn? Ne, lass mich nur wohl da unten. Was zur Hölle? Ist immer noch nicht tot. Stürbt doch endlich. Oh, meine Güte. Ach, dieser Scheißwurf, Leute. Gehen mir so auf den Sack, ne? Das war mein letztes. Dreh dich um. Gehen mir so. Oh, Nein. Nein. Verrweiß ich mich auch hier. Es ist noch existier. Oh, nein. Ach, das ist denn, dass du gerne mit dir bist. Ich nehme dich aber auch drinnen. Und wenn du morgens oder vermutest. Ich schaue mich. Oh, nein. Ich nehme mal durch. Er hat keine Aufwand zum Werfen, wie diese Kette, die man einfach behält. So ist das ja echt kacke. Okay, wir gehen. Ah, shit. Verkackt schon, ja. Verkackt. Steh auf, kleiner. Nein, mach doch das. Mach doch das andere. Nein, jetzt bin ich da schon wieder hinten reingerannt. Oh. Wie kann das denn explodieren, wenn ich rückwärts da reinrenne? Aber vorwärts nicht. Was ist doch für ein Arsch, Alter. Oh. Okay, eine Runde noch, wo ich mal versuche, an dem einfach vorbeizurennen, weil, ja. Das ist gerade einfach nur nervig. Mein Ergo muss ich mir noch wiederholen. Gucken. Ich fühle mich halt leider hinterher ran, ob das blöd ist. Na ja, mach schon. Das ist halt auch ein bisschen kacke, dass er die Wurfobjekte halt mitspeichert. Mann, ich blöcke doch, ich weiche aus, ich drücke die Knöpfe und mache doch wieder auf. Meine Güte, ich bin schon wieder direkt tot. Ich hätte schon wieder keinen Bock mehr. Könnte ich schon wieder von vorne anfangen. Was macht ihr denn auch für einen Schaden, ey? Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht hier sehen sollte. Oh, ja komm, steh auf. Oh, da kommt ja jemand von rechts. Ah, rein in die Bombe da. Auch wenn. Also. Oh, nein. Oh, da. Oh, da. Oh, nein. Oh. Oh, ja. Unser Ranziehseil wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, aber ich glaube, er so eine Reichweite hat oder auch nicht. Für hier drüben. Nein, komm. Ah, jetzt steht er da so schön, ne? Kann man schön von hinten erledigen. Na, da hörst du dir natürlich wieder, ne? Kleiner Penner, du. Bei so wenigstens Gentleman und wartet, ja. Zu viel zu warten. Geh weg. Schlägst du da wieder in so eine Tonne ein? Dann brann ich wieder. So. Shit, da wollte ich vermeiden. Facke. So lange war das, glaube ich, im lila Bereich, ja, im glieler, glaube ich, noch. So. Oh, der noch Erbogen. Moment. Hey, ein Segelzahnrad. Oh, der ist sogar nicht mehr ausgerüstet. Ja, doch, wir haben vier. Moment. Vielleicht speichert er doch. Gucken. Nur um sicher zu gehen, ne? So. So. Oh, der ist auch nicht mehr ausgerüstet. Tschüss. Na, wird mir so unterher kommen, oder? Warte ich doch. Wo sind sie da, Gäser? Oh Gott. Monscheinstadt. Nein, er kommt hinterher. Nein. Bau ab. Das ist wie in Ruhe. Oh, können sie nicht weg. Shit. Nice. Ja, geh einfach wieder zurück. Ich glaub, der hat auch einfach keine Lust mehr. Find ich in Ordnung. So, Monscheinstadt, okay. Könnte man jetzt gar nicht so richtig genießen hier. Darf ich jetzt speichern? Ja, oh mein Gott. Das ist schon mal ein angenehmerer Speicherort. Schnell benutzen. Er ist halt immer noch da. Er ist bestimmt mal wieder Full Heal, oder? Na komm, ich will den jetzt auch nicht triggern. Jetzt kann ich ja auch privat mal, wenn ich darauf Bock habe. So, ist die Frage. Wie würde ich jetzt schon wieder weiterspielen wollen, da? Aber ich dachte mir gerade so, wenn wir hier nicht weiterkommen, muss ich das halt einfach privat weitermachen. Ja, jetzt sind wir doch weiter. Das war nicht so, wie das Spiel hat wahrscheinlich wollte, aber hey. Kann ja auch vorbei rennen. Au. Okay. Da liegt was. Vielleicht bräuchten wir die auch einfach gegen dieses Feuervieh. Dass wir nicht so überhitzen. Schaden nehmen. Oben liegt doch auch schon wieder einer. Sie liegt doch von hier. Ah, ich wusste das scheiß Penner da oben. Soll ich da hochkommen. Ah, hier an der Seite, okay. Ich hoffe es doch, da weg. Aber nicht, oh Gott, war es mich erschrocken, ey. Kommt der einfach hier hoch. Sag mal. Sind ja nicht die dünnsten Gegner, oder? Manchmal vielleicht schon ein bisschen, aber... Ach, durch... Ah, nee, überhitzt und kick aufhängig über das Feuer, ja. Ich wollte schon gerade sagen. Der Miet. Okay. Können wir nicht kaputt. Ein Sägeblatt. Ah. Das deckt mir schon fast. Vielleicht schon, wenn sie sich gegenseitig angegriffen hätten. Das hat halt gut funktioniert gerade. Hab ich halt gerade gehört? Ist doch ein Wolf. Na gut, wir sind hier gerade auch irgendwo im Wald, ne, aber... Jetzt kommt der Wolf-Kampf. Ja, Eulen gibt's ja auch. Schön. Endlich mal ein bisschen Natur hier. Ich liege hier wieder runter. Jetzt zieht's ein bisschen danach raus. Ja. Wo ist Dick's da? Boah, da hat er ganz schön Schaden gemacht. Ah. Stehen geblieben. Sichel-Mohnstein, ah, nice. Was brauchen wir? Brauchen wir? Ah, ein Reiseführer für die Monscheinstadt. Die Monscheinstadt ist der am niedrigsten gelegene Ort in der Stadt, an dem sich die Pilger auf ihre Reise vorbereiten. Seitdem Sankt Evangelico den eingeflügelten, einflügeligen Engel traf und die Kirche gründete, ist die Monscheinstadt als der Ort bekannt, an dem die Pilger mit dem Seilzug zur Kathedrale hochgezogen werden, sich auf ihre Pilgerfahrten vorbereiten. Oh, das war noch nicht alles. Moment. Dieses Geräusch, ey. Zeitschrift war es, glaube ich, nicht. Als er zum Priester ernannt wurde, befand sich der Ruf von Andreas auf seinem Höhepunkt. Zu dieser Zeit war Grad nur ein armes Landstädtchen, aber das war Andreas egal und er kümmerte sich hingebungsvoll um die Menschen. Man munkelt sogar, dass Sankt Evangelico persönlich zurückgekehrt sei. Die Monscheinstadt unterstützte aktiv die guten Taten des Priesters und sie handelten immer gemeinsam wie Brüder, die das Wort Gottes verkündeten. Die Entscheidung, die Alchemisten von außerhalb aufzunehmen und Grad wieder zu beleben, wurde in der Monscheinstadt getroffen. Letztlich war sie der Geburtsort von Grad, wie wir es heute kennen. Heutzutage gibt es Seilbahnen, Stadtseilzüge und die Stadt der Zukunft, Stadt eines ländlichen Dorfes. Unsere Tugenden jedoch sind aber noch dieselben, genau wie der Engel den heiligen Frangelico in seine Flügel hüllte. Als er vor Kälte umfiel, so sollten sich auch die Menschen gegenseitig helfen. Monscheinstadt der Orte tiefer als alle anderen liegt, ist der Beweis, dass es diese Tugend noch gibt. Aber wir müssen nicht gegen irgendeinen Engel kämpfen. Das schreit schon wieder nach Walküre. Die haben ja nur einen Flügel, dann vielleicht geht es ja dann. So. Das hier drüben. Nix. Nix versteckt hier. Oh, ein Wasserfall am Sau. Okay. Kicken wir jetzt gleich auf der anderen Seite. Ah. Oh. Oh Gott. Der kam ja irgendwie aus dem Nichts. Meine Güte. Ja, Friedhof ist bestimmt schön. Ah ja, hier ist die Brücke. Erstmal will ich die Gräber laufen. Bringt bestimmt gutes Karma. Oh, das sieht schon wieder so weitläufig hier aus. Nichts versteckt hier. Ja. Ja. Oh nein. Oh nein. Toll. Warum geht denn da die Tür zu? Ja, okay, ich bin tot. Wie gemein. Voll die Falle, ey. Ah, okay. Ich glaube, das machen wir vielleicht lieber nächstes Mal, wenn ich mir ein bisschen mehr erhöhen dafür habe. Und solange er da hinten bleibt. Oh Mann. Ach, mein Ergo ist jetzt da drin, ne? Hm. Naja. Können wir bestimmt wieder beim nächsten Mal dann. So. Stufe 45. Sind wir gerade oder was? 70 Mal dort irgendwo. Charakterinfo. Ja. Wir sind Stufe 45. Oder was das bedeutet. Aber gut. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ich überlege gerade, ob wir heute nochmal ein bisschen Sunday Gold spielen. Können wir eigentlich auch machen. Das Zollslight 2.0 im Prinzip, zumindest was die Bosskämpfe angeht. Da musste ich letztens nämlich zwei Bosskämpfe direkt machen. Ja, das war fantastisch. Können wir eigentlich im Prinzip mit Kapitel 3 weitermachen. Gucken. Das wäre vielleicht eine Idee. Aber dafür muss ich vorher den Bildschirm einmal umstöpseln. Damit wir auch ein Bild haben. Beziehungsweise ob ich den nutzen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Untertitelung des ZDF, 2020